Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Lisa Schaden. Ich züchte seit vielen Jahren Mehlwürmer und möchte mein Wissen jetzt auch weitergeben. Heute möchte ich darüber sprechen, wie die optimale Raumaufteilung eines Mehlwurmzüchters aussieht bzw. wie man optimal die Räume plant, wenn man seine Mehlwurmzucht auch skalieren möchte. Viel Spaß dabei! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie schon angekündigt sprechen wir jetzt über die optimale Raumaufteilung, wenn du deine Mehlwurmsucht einmal skalieren möchtest. Wir alle Hobbyzüchter am Anfang starten wir mit einem einzigen Raum. Mit allen Stadien des Mehlwurms darin, mit allen Werkzeug, mit Futter, mit einfach allem drumrum. Später macht es dann weniger Sinn, da gibt es dann eigene Räumlichkeiten für die einzelnen Aufgabenbereiche in der Zucht. Wie das Ganze aussieht, das zeige ich dir jetzt direkt anhand dieser Powerpoint. Wie sehen nun die optimalen Zuchträume für eine Mehlwurmfarm aus? Hier sieht man unser Gebäude. Das war ein ehemaliger Stall und wurde jetzt für die Mehlwurmsucht optimiert. Es wurden einige Räume neu eingezogen und es wurde alles auch angepasst für ein optimales Zuchtklima. Welche Räume werden nun wirklich benötigt, wenn man das Ganze in einem größeren Stil machen möchte? Ich würde empfehlen einen eigenen Raum für die Futtervorbereitung, einen Raum für die Mast der Larven, einen Puppenraum, einen Käferraum, einen Raum, in dem die Sortierung stattfindet, einen Lagerraum, einen Waschraum, einen Kühlraum und einen Bereich, wo die komplette Weiterverarbeitung stattfindet. Warum teilen wir überhaupt alles auf? Das hat den einfachen Grund, weil die einzelnen Stadien unterschiedliche optimale Bedienungen haben. Welche Bedienungen das sind, das erkläre ich dir direkt jetzt in der Bauarbeit zu den einzelnen Räumen. Hier sehen wir jetzt als erster die beiden Räume, und zwar Futtervorbereitung und Lagerraum. Die sollten natürlich nebeneinander liegen und sie sollten gut zugänglich für einen LKW sein, damit Futtermittel in großer Menge auch gut angeliefert werden können. Natürlich wäre es auch praktisch gleich direkt anschließend einen Kühlraum zu haben, damit die Feuchtfuttermittel wie Äpfel, Karotten, Kartoffeln auch gut und kühl gelagert werden können. Kommen wir nun zu den Suchträumen. Einerseits benötigen wir einen Käferraum. Der Käferraum sollte eine höhere Luftfeuchtigkeit haben und die Käfer sollten auch regelmäßig mit Feuchtfutter gefüttert werden. Der Raum selbst sollte auch eine hohe Temperatur haben. Dann haben wir den Puppenraum. Bei den Puppen ist wichtig, dass die Feuchtigkeit nicht zu hoch ist, da sie einfach sonst anfällig sind für Bakterien, Viren oder auch Milben. Dann gibt es noch den Mastraum für Larven. Der soll Optimalbedienungen von 28 bis 30 Grad haben. Nicht zu hoch, dass uns die Larven daran sterben. Ist natürlich auch abhängig von dem Zuchtmaterial, das man einsetzt. Und darauf gehe ich vor allem im Workshop genauer ein. Also da wird jeder einzelne Raum und die jeweiligen Bedienungen ganz individuell angepasst an die vorhandenen Suchtmittel und die vorhandene Situation der Räumlichkeit. Grundsätzlich kann man sagen, dass alle drei Räume unterschiedliche Bedienungen haben und auch deshalb getrennt werden sollten. Dann sollte man natürlich einen eigenen Sortierbereich haben. Dieser Sortierbereich oder Sortierraum kann anschließend sein an den Mastraum und an den Kühlraum. Idealerweise auch an einen Waschraum. Kann sich aber auch im selben Raum wie die Larven oder Puppen befinden. Wichtig ist, dass der Temperaturunterschied nicht so hoch ist, denn sonst erleiden die Larven Stress, den man unbedingt vermeiden sollte. Im Waschraum werden natürlich alle Zuchtutensilien, die Boxen alles gewaschen und wieder für den nächsten Durchlauf vorbereitet. Werden die Insekten weiterverarbeitet, dann würde ich empfehlen, auch einen eigenen Bereich für eine Weiterverarbeitung einzuplanen. Das kann auch in einem komplett eigenen Gebäude liegen, damit es eine klare Abgrenzung gibt zu den Suchträumlichkeiten, damit man sich es einfach einfacher macht, auch mit den Behörden. Für den Lebensmittelbereich braucht man auch ein HCCB-Konzept, also ein Konzept, das die Sicherheit von Lebensmitteln gewährleistet. Auch da ist es natürlich besser, wenn man eine räumliche Trennung hat und eine klare Abgrenzung von den Suchträumen. Dann hat man es auch später einfacher mit den Behörden. Wichtig bei dieser ganzen Raumplanung ist eine gute Durchlüftung, beziehungsweise eine gute Verteilung der Wärme, des CO2, ein Frischluftaustausch. Im Winter darf es nicht zu kalt sein und zu trocken sein, im Sommer nicht zu warm sein und zu feucht sein, ansonsten ist Milbengefahr. Und diese ganzen Themen, die müssen in diese optimale Raumplanung mit einbedacht werden. Wie die Heizung funktioniert oder wie die Belüftung funktioniert, das kann ich dir jetzt in diesem Video leider nicht erklären. Es freut mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, ich konnte einiges an Einblick mitgeben. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne wieder unten in die Kommentare. Ich versuche jeden Kommentar zu beantworten und wenn eine gute Frage dabei ist, dann mache ich gleich dazu ein YouTube-Video. Folge meinen Kanal, damit du dann auch in Zukunft immer das neueste Video bekommst und vieles über die Mädel beim Zucht lernen kannst. Viel Spaß! Tschüss!